So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, einer neuen News-Folge, denn die November-Übersicht ist endlich da. Ich könnte schon wieder kotzen, wenn ich das sehe, wie das aussieht. Es war so schön, die Artikel immer auf dem offiziellen Pokémon GO-Blog-Post-Dings. Schön, auf Deutsch, schön, alles übersichtlich hin und her. Jetzt wird jedes Mal auf Twitter einfach eine Infografik hingerotzt, die sieht dann so aus. Ist ja schön und gut, ist ja übersichtlich, aber irgendwie auch nicht. So, gleichzeitig ist alles auf Englisch. Wir wollen uns das jetzt angucken. Grüße gehen raus an Hopfenschnitzel, der das jetzt in den Fan-Chat geteilt hat. Ich das gesehen habe und das jetzt noch kurz aufnehmen kann. Was wir schon wussten ist, dass im November immer noch Giratina da ist in den Fünfer-Raids. Nämlich bis zum 8. November dann der nächste Raid-Boss-Wechsel ist. Die Leute haben die ganze Zeit gesagt, Ramses, was denkst du denn, was als nächstes kommt? Und in einem der letzten Streams, schlau wie ich bin, habe ich gesagt, Ich sag, nach Giratina kommt Schlingking. Und warum? Es ist ja auf dem offiziellen Pokémon-Go-Kanal ein Video rumgegangen, wo man Schlingking sieht und da ein Datum dort steht mit November und Fragezeichen. Also irgendwann im November war schon angeteasert, dass Schlingking kommt und dass das nicht am Ende kommt und nicht am Anfang. Ich habe einfach gesagt, in der Mitte, also nach Giratina. Und was ist nach Giratina da? Schlingking. Wunderbar, hat der Ramses wieder recht gehabt. So, das ist auch das Erste, was wir uns hier oben angucken können. Die Fünf-Sterne-Raids. Das ist auch das, was die meisten immer am meisten interessiert. November-Content-Update. Bis zum 8. November haben wir also noch Giratina da, was auch shiny sein kann, in seiner Urform. Die Attacke Schemenkraft bekommt ihr aber nur noch bis zum 1. November. Danach hat es wahrscheinlich diese exklusive Event-Attacke nicht mehr, weil das Halloween-Event ja dann auch um ist. Vom 8. November bis zum 23. November habt ihr dann Schlingking. 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 Der König des Verschlings. Der sieht, wie ich finde, richtig genial aus, ist aber, denke ich mal, total nutzlos, ist eine weitere Ultra-Bestie, ist gefühlt zwei Wochen da. Also da könnt ihr ein bisschen Spaß mit haben. Da er das erste Mal da ist, wird er nicht shiny sein. Ich werde weiterhin nur meine täglichen Raid-Pässe spielen. Bei dem Teil in der Raid-Mania lasse ich mich einladen. Am Mittwoch, die Raid-Stunde, da ziehen wir durch, aber ansonsten werde ich das Ding auch nicht vermehrt raiden. Wenn das als shiny gewesen wäre, dann hätte man gesagt, kann man auch auf 100er-Jagd gehen, damit man mal wieder ein bisschen was zu tun hat. Nach Schlingking kommt Anego. Das mit vielleicht viele Freunden gab es bisher nämlich nur einmal, gefühlt, nämlich beim weltweiten Go-Fest in Gera. Ach, warum sage ich mal, weil wir in Gera waren. Beim weltweiten Go-Fest dieses Jahr, wo wir in Gera waren, gab es ja am zweiten Tag, am Sonntag, Anego-Raids. Und Anego ist auch eine Ultra-Bestie und die stärkste aller Ultra-Bestien, die am meisten WP erreicht und womit am nützlichsten auch ist. Oder auch nicht. Ich finde irgendwie andere trotzdem nützlicher und cooler und besser. Aber Anego ist eine starke Bestie. So viel steht schon fest. Anego wird vom 23. November bis zum 1. Dezember erscheinen in Raids. Und wer damals keins bekommen hat, hat nochmal die Möglichkeit, das jetzt natürlich zu raiden. Also Giratina bis zum 8. 8. bis 23. dann Schlingking. Und 23. bis 1. Dezember Anego. Habt ihr Bock da drauf? Die Ultra-Bestien sind nicht shiny. Ich werde diesmal auch bei Anego nur meinen täglichen Pass machen. Und in der Raidmania eure Einladungen annehmen. Ich werde auch hier nicht vermehrt raiden. Schade. Ich hätte mir mal was gewünscht. Wo ich spontan, wenn ich sehe, ach da lädt der ein und der lädt ein, auch einfach mal so zwischendurch ein Raid machen kann. Spare ich mir alles. Wir sparen, wo es nur geht. Auch bei diesen Raids. Und warten trotzdem auf den Shiny Release. Dann kann man immer mal ein bisschen mehr raiden. Das sind die 5-Sterne-Raids. Mega-Raids. Die wechseln alle auch zu den gleichen Zeiten. Das heißt, solange wie Giratina da ist, ist auch noch Mega-Banett da. Ich hoffe, ihr habt alle schon ein Mega-Banett-Raid gemacht, um eures zu entwickeln. Ab 8. November kommt dann Mega-Garados. 8. November bis 23. November. Solange wie Schlingking da ist, ist also Mega-Garados da. Da sehe ich mich, dass, weil Schlingking ja uninteressant ist und man eh nicht so viele Raids für Zuschauer machen kann. Vielleicht mal eine Folge Mega-Garados-Raids machen kann. Für die Leute, die noch keins haben oder die noch ein paar Bonbons brauchen. Noch ein gutes, noch ein Shiny. Mega-Garados auf jeden Fall ein extrem nützliches Pokémon. Eine sehr krasse Mega-Entwicklung. Vom 23. bis 1. Solange wie Anego da ist, kommt dann Mega-Hundemon in die Raids, in die Mega-Raids. Ist auch ganz nett. Habe ich aber bis jetzt so gut wie noch nie genutzt. Weil ich meistens andere Sachen nutze. Ja, wenn ich einen Mega-Anmach habe, habe ich Mega-Hundemon, mache ich so selten an. Wer da noch eins braucht, können wir mal gucken, wie wir das machen. Aber Karmesin kommt ja auch. Ich werde sicherlich den ein oder anderen Karmesin-Stream machen. Also, egal ob die Fünfer oder die Mega-Raids, lässt mich beides jetzt eigentlich ein bisschen kalt und holt mich jetzt nicht mehr so ab. Events. Events. Ach, Events machen wir nachher. Gehen wir direkt mal erstmal zu die Raid-Stunden. Raid-Stunden. 2. November Giratina. 9. November Schlingking. 16. November Schlingking. Und dann am 23. und am 30. Anego. Also die Ultra-Bestien. 2 Wochen, 2 Raid-Stunden. Vielleicht ist da ja ein 100er dabei oder irgendwas. XL kann man auch sammeln. Aber eben nicht shiny. Feldforschungsdurchbruch seht ihr unten rechts. Das ist Stami. War ja auch schon angekündigt davor. Stami. Weiß ich nicht, was man damit macht. Braucht man eigentlich auch nicht. Können wir den ganzen Monat Stami erhalten. Dieses Mal gab es ja Ninja-Tom. Shiny. Das war richtig genial. Da habe ich auch auf den kleinen Accounts endlich mal Feldforschungsdurchbrüche abgeholt und Stempel gemacht. Stami brauchst du nicht. Kriegst aber, wenn du den Durchbruch machst, ein Sternenstück gratis dazu. Beziehungsweise gut, Stami gibt mehr Sternenstaub. Aber für das eine Stami, was ich mir dann da abhole, weiß ich nicht. Ansonsten machst du mit dem Pokémon halt nicht wirklich viel. Generell-Spotlight-Stunden diesen Monat. Am 1. November haben wir, äh, boah, jetzt ist wieder, am 1. Scheiße, ich will so zwirlicht haben wir da. Das kommt, wenn du, wenn dein Kopf voll Matsch ist und dann zwirlicht, zwirlicht. Steht ja nicht da, musst du jetzt erstmal belegen. Aber wie heißt das nochmal hier? Wir haben zwirlicht am 1. November, kann shiny sein und hat ja diese, diesen Blumenkranz, da wir am 1. November den Dia de Muertos haben, also das Event Tag der Toten, was im Prinzip einen Tag läuft. 1. bis 2. November, Dia de Muertos, ein Event Tag der Toten, wo es zwirlicht mit diesem Blütenkranz gibt. Gleichzeitig auch eine Spotlight-Stunde mit zwirlicht. Also wer da ein shiny bekommt, könnt ihr auch entwickeln, dass ihr die Familie voll habt mit Blütenkranz vielleicht. Ist also eigentlich ganz nett für die shiny-Sammler. 8. November, unten drunter, könnt ihr das lesen? Keine Sau kann es lesen, unten drunter steht natürlich noch der Bonus. 1. November zwirlicht mit Doppelstaub fürs Fangen von Pokémon. 8. November, äh, Glibungel mit zweimal Erfahrungspunkte fürs Fangen der Pokémon. 1. November, 15. November, Porygon mit zweimal Fangen von Bonbons. 2. November, äh, 22. November, Lilminip, oder wie es heißt, mit zweimal Bonbons fürs Verschicken der Pokémon. 29. November, Hut, Hut mit zweimal Erfahrungspunkte fürs Entwickeln der Pokémon. Ja, Lilminip kann nicht shiny sein, alle anderen vier können shiny sein. Porygon, Hut, Hut, Glibungel, pfff, ist glaube ich alles, alles uninteressant. Wer Lilminip noch nicht entwickelt hat, kann da noch ein paar Bonbons mitnehmen. Die beste Spotlightstunde für mich ist auf jeden Fall, äh, die am 1. November gleich mit zweimal Licht. So, jetzt musste ich nochmal überlegen. Eine Safarizone gibt es auch wieder diesen Monat. Vom 18. November bis zum 20. die Safarizone in Singapur. Wo wir natürlich auch wieder eine kleine Forschung bekommen, wo wir das neue shiny, was es dann gibt, die Katze, vielleicht bekommen, wenn wir Glück haben, ihr kriegt ja da 5, 6 Encounter, und Events, genau, Events steht noch hier oben, Events. 1. bis 2. November, Dia de Muertos. Wisst ihr Bescheid, Tag der Toten. 5. November, am Wochenende, Community Day Classic mit, äh, Dratini. Muss ich mal gucken, an dem Tag möchte Hannes auch kommen, weil wir ein paar Sachen noch machen müssen. Ob ich das einfach stream von zu Hause oder ob ich rumlaufe, muss ich mal gucken, wann Hannes kommt, Pupsi ist ja auch da. 9. bis 17. November, Gridi Glutons Event. Keine Ahnung, was das ist, auf jeden Fall am 9. November gibt es ein Event. 14. bis 17. November, Team Go Rocket Übernahme. Das könnt ihr euch schon mal vermerken. Vielleicht bringt Giovanni ja eine neue Spezialforschung mit und kriegt ein neues Krypto-Legendäres. Und vor allem kann man sicherlich wieder Frustration erlernen. Also alle Krypto-Pokémon, die ihr jetzt gerade habt und die krass sind, die noch Frustration haben, könnt ihr sicherlich bei einer Team Go Rocket Übernahme Frustration wieder verlernen. Und darauf freuen sich ja die meisten. Giovanni mit einer Forschung, Giovanni mit einem neuen Pokémon wäre auch sehr genial. Dann haben wir am 12. November mittendrin den November Community Day. Wir wissen schon, dass das Teddy Ursa ist und jetzt erstmalig auch nach Ursa-Ring das Ursa-Luna entwickeln könnt, wenn es so heißt. Am 13. November, gleich nach dem Sea-Day, gibt es Elite-Raids. Also Top-Raids. Top-Raids hatten wir bisher einmal mit Hoopa, wo man vor Ort raiden musste. Man konnte nicht eingeladen werden, man konnte nicht einladen, man konnte nicht von der Ferne darauf zugreifen, man musste wirklich an der Arena selber stehen. War ziemlich merkwürdig bei uns. Ich hatte Glück, dass irgendwie gefühlt in ganz Hibu alle Leute spufen, die noch spielen. Deswegen sieht man auch keinen. Und ich stehe immer alleine an der Arena. Und an der Arena trotzdem viele Leute waren dann auf einmal. Und ja, sind wir mal gespannt, was da kommt. Was ist euer Tipp? Was denkt ihr? Was kommt? Kommt vielleicht Cosmog in die Elite-Raids? Es hieß ja, es wird nochmal eine Möglichkeit geben, weitere Cosmog zu erhalten. Vielleicht Cosmog in die Elite-Raids? Dass ihr dann daraus in der weitergehenden Forschung plötzlich Lunala, Solgaleo entwickeln könnt? Wir wissen es nicht. Lass mal uns überraschen. 23. bis 28. November, Astral-Eclipse-Event. Also was richtig Galaktisches. Und am 27. November haben wir drei Fragezeichen. Genial. An sich waren das die News. Ich finde es immer noch richtig kacke, diese Übersicht zu haben. Gar nicht klar zu kommen. Alles auf Englisch. Alles total klein. Alles irgendwie... Für mich sieht es nicht ansehnlich aus. Wenn ich da was habe und dann habe ich direkt zack, zack, zack und nacheinander. So hast du alles auf einmal, alles mit einmal im Gesicht. Und... Das sind aber auf jeden Fall die wichtigsten Sachen. Wird wohl also ein sehr ruhiger Monat wieder mal. Ich hoffe, der Dezember, da gibt es wieder was krasses. Das letzte, was ich gefühlt gejagt habe in den Raids war jetzt das Halloween-Gengar mit Kostüm. Das war cool. Das hat ein bisschen Spaß gemacht. Aber auch jetzt keine Mega-Raids, die mich interessieren. Keine Fünf-Sterne-Raids, die mich interessieren. Da müssen die normalen Raid-Pässe reichen. Spotlight-Stunden, okay. Ja, Zwirlicht. Ja, Feldforschungsdurchbruch. Nein. Und Events müssen wir auf uns zukommen lassen. Classic Sea Day gab es ja schon mal. Für neue Spieler vielleicht interessant. Rathini, cooles Pokémon. Der November Sea Day ist ja kein neues Shiny. Ist ja auch ein altes Shiny. Aber wir können eigentlich Ursula Luna da entwickeln. Also, November wird gemütlich. Gemischte Gefühle dabei. Trotzdem, wie ist eure Meinung zum November? Habt ihr Bock? Ja, nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Was ist euer Highlight im November? Was sind eure Ziele? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.